dann bei dir auch der läuft noch hinter dir ach scheiße natürlich nicht passt verband nehme ich da jetzt habe ich jetzt habe ich wieder keinen keine ist mir ist egal dass du auch immer nicht darauf achtest dass die doch laufen da habe ich überhaupt nicht ich bin auf dem weg zu euch ich bin auf dem weg zu euch wahl hat proxie getötet ist das erste mal wieder proxie gewesen ja vielleicht ist auch ausgegraben worden hier guck mal hier stehen am haus am haus ja geradezu war das nicht das haus wo wir gekämpft haben ja weiß ich wie kann das sein dass ajo ja kann das sein dass ajo zu uns hoch kam dadurch ja ich würde auch glauben dass das der grund anders anders kann es eigentlich was gar nicht sein ja ich bin jetzt hinter euch hier vor uns drei mann wo genau vor uns alter trifft er mich das gibt es doch gar nicht oder liegen am kopf vorbei der pfeil wurde gerade gegraben treffer tod jack van helsing schön muss ja noch kurz hoch heilen wo seid ihr direkt am haus wieder immer noch wo die frame stehen ja du bist oben oben da kommt einer links vom haus jetzt habe ich ja wohl plattenboden ist gestorben okay captain ist vor mir alles klar ich gehe mal auf die andere seite da kommt noch einer links vom haus wieder auf der straße vor uns gerade könnte es ein zombie sein nein aus t shirt ja ich sehe mit licht gerade angehabt treffer sauer sauber ganz klares ding sauber so muss das sein sniper shots so muss das mit skill zum kill sauber so muss das so ein bogen so muss der sauber vorm haus direkt vorm haus gerade raus also von der base dahinten wo die eben auch raus gekommen sind trauen die sich nicht mehr raus bin gejagt naja sonst sind noch ein paar zombies sich bewegen die trauen sich gar nicht mehr raus ja ich sehe hilft ihr der stört nicht mehr wollen wir gleich noch mal zu one space da kommt sie raus sie kommen raus doch doch kommt raus echt ja auf die straße rechts hinten auf der straße auch hinter dem haus geht er wieder rein hinterm haus keine ahnung wo der zinn ist irgendwas eingeschlagen irgendwer klappt irgendwo hier richtung süden auf der straße richtung siegen da ganz hinten dann sieht man jetzt hier fast bei mir treffer tot sauber ganz geil ich wurde ich wurde aber auch erwischt also ich habe nicht mehr viel nehmen ich habe auch bloß noch vier auf der straße ich habe mich gerade nicht entscheidend ist tod super ist gestorben uns gleich noch mal auffüllen okay was wenn er feile braucht ich habe noch mehr ich brauche ich brauche leben auch leben wir kriegen beide noch ein pfeil ab und dann war es das ja auch wieder zurück zur base auffüllen wird okay noch mal ein bisschen hoch fressen oder ich kann ruhig können ruhig bringen wir haben jetzt eine gute serie hingelegt das waren jetzt 34 kills gewesen gleich nimmt man alle noch ein bier mit ja das war ein sniper ja die waren super gewesen saustark auch noch dreier da sein also für jeden noch eins da ja da können wir aufbauen ja ich gehe hinter den häusern sicherer der war gut und du hast gesagt da passiert nichts mehr das war ein sehr guter run gewesen das hat mir richtig gut gefallen ne man war nicht dabei genau das war super stark ganz starke schüssel von dir und ehrlich gesagt ich würde wirklich gerne noch mal zu one space da muss doch auch irgendwann jemand sein oder ja ich habe auf jeden fall sechs kills das heißt ich habe den von mit der gestorben ist auch bekommen okay ich habe keine ahnung was ich habe und nicht geguckt die frame stehen da nicht mehr aber ich kann schnell machen ich habe ich habe ich habe sieben stück ist das ist gut weil ich habe keine mehr ich habe irgendwie keine mehr minute haben wir denn noch irgendwas zum high zum hoch richtig zum hoch ein jahr war ein paar netten messen aber noch neun stück oder so sehr schön so eine tablette nehmen was trinken ein bisschen was essen und dann so einmal danke rein da mein kleiner ich nehme gerade eine tablette raus ich nehme mir etwas zu trinken raus und ich nehme mir das ist das gibt so richtig adrenalin noch mal ich glaube ajo kämpft mit mucki woanders das ist nicht das glückste dass die sich dann so aufteilen mein kopf ist gestorben würde ich gerne mal wissen 8 zu 3 ja das hört sich doch besser an aber das ist eine sehr sehr tolle statistik ich habe sechs zu fünf ja auch plus sechs ach schön das hört sich doch viel besser an auf jeden fall jean hat auch gerade eine saubere statistik mit drei zu drei sehr schön ja dann ist es sauber statistiken zu haben ist geil können einige nicht von sich behaupten richtig außer ajo er geht ab und dann auch alle und dann ist auch gut dabei ja gut aber das ist eben ein team zum beispiel aus und das ist eben ein team das ist ein team ding native ist mit wem zusammen mit jack mit ne ja mit jack und blattmund was haben ja blattmund macht zum beispiel habe ich jetzt gar nicht gesehen ist auch nur zwei mal gestorben hat aber auch keine kills zwei jack hat drei statistik also ja der auch gut dabei ja minus drei und was hatte native hatte achte also minus fünf wir haben noch ein bisschen mehr zwei in game stunde ich würde jetzt gerne noch mal zu ganz aus machen wir das ach so wie wir nehmen wir noch ein bier mit das schmeiße ich mir gleich ein weil das hält ja ein bisschen ganz oben ist es übrigens das sind dann hat mich wieder und da andere also zu wandshaus würde ich jetzt noch mal okay also links weg weil nicht immer die gleiche hinter der kirche lang vielleicht oder auch direkt auf der straße ich gehe direkt so ich hab's bier vergessen lasst uns einfach raus okay dann müssen wir bei einer base sein ist das ein hilferruf zu ja jetzt ein müssen ja wann wir retten lasst uns einfach raus aber das ist schön schön wenn der run den einfach den kalt machen ja okay ich sehe da jemand auf ein haus welches haus wandshaus müsste es sein oder ne ne das sind nach der haus auf der straße vor uns ich würde sagen das könnte mutianer sein seit oben auf dem hügel auf der straße da ja alle beide ja und der ist gerade da vorne hinter diesen kleinen haus genau regnet wieder haus oder dahinter wo hier vorne gleich kommt jetzt hier vor kommt jetzt hervor er müsste jetzt hinter dem kleinen haus irgendwo sein im metall schrotthaus ja oben auf dem dach ja von dem kleinen aber da vor oben dem großen ach komm unten links kommt doch kann auf jeden fall jetzt auch was kommen links immer so ein bisschen ja genau auf die seite genau also ist gestorben etwas weiter also ich habe keine bewegung ja sie richtigen an dem haus ich bin gejagt und dem haus stellen freuna ihr rechts 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 von uns rechts von uns war die kleine hütte ja stimmt hier kommen die bogenwesen spannen ohne dass er ausdauer braucht oder gesessen weiß man nicht was ich getroffen habe ich habe getroffen so scheiße ist was du oder brennt einer und jetzt haben wir auch die bekriegen sich da schön gegeneinander musste irgendwie ran alter das gibt es doch nicht wenn ich wagt denn hier bin ja genau das ist nämlich gleich zwölfe wenn er hat gesessen wenn er mich jetzt umbringt welcher ist welcher ich habe hier brauche erschlagen jawohl klar ist tot durch jemand ja 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 aber eugene hat run ich bin ja bei dir ist auch jemand killer lady ist da ja zwei scheiße punkt 12 da war genau 12 noch der kill schade statistik pack alter erzählte noch warm das war das war bestimmt die war am startpunkt treffen waren der scheiße so statistik kann nicht mehr verfälscht werden ich habe es einfach mal fotografiert ich muss beide seiten ja natürlich beide seiten retten und dann schnitzeln genau das wollte ich probieren man leicht 6 6 schade eben ein bisschen jetzt drehen war ja schade 66 so ein kacke ich hätte doch killer lady klauen wollen aber eugene hat sich positiv gemacht hätte ich auch nicht gedacht dass ich das noch so hinkriege da war super hast du super gemacht also ich finde das ist ein super team ergebnis egal welcher platz wir jetzt sind ich finde das haben wir ganz gut hingekriegt auch wenn es leider ein bisschen wenig ist egal welcher platz wir haben das eigentlich ziemlich gut als team hinbekommen also gerade jetzt zum schluss haben wir doch noch mal das ziemlich gut hinbekommen alu hat da zwei tolle schüsse gesetzt wir uns klein einen kleinen run geschafft haben also bitte ein tod weniger pause wurde gerade noch mal super sauber 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 so ich mache mal kurz mal schnell die statistik hallo 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 oder wachstherapie hast du Angst dass jemand weg läuft oder was hallo 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 wie viel energie hast du denn noch jaa wenn man die glitsches ausrechnet und die glitschris Bar his face hallo 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 Das war Juna, die jetzt gestorben ist. Den bitte ich auch mir nicht anzurechnen, aber der musste sein. Anrechnen. Falls es irgendjemand interessiert, ich habe die Liste komplett geschrottet. Blaue Kiste, warme Anziklamotten. Ohne Ehre. Und in der gelben auch und in der roten dann jetzt auch. Was ist da? Überall warme Klamotten. Dankeschön. Sagt Bescheid, wenn noch welche fehlen, dann bitte ich euch noch welche. Ich bräuchte nach Medizin und ein Splint. Du bräuchtes Medizin und ein Splint, was hast du noch vor? Wir brauchen das Bein und bloß noch fünf zum Wellness. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 14. Ist überhaupt kein Problem. Damit kann ich um. Wie gesagt, alle hier auf die Plattform, ich weiß deine IT gerade nicht auswendig. Und bitte keinen mehr umbringen. Ayo hat mir jetzt 40 Energie abgezogen, der Sack. Möchtest du eine Heilbandage haben oder eine Bandage? Grüne Kiste sind Medikamente. Grüne Kiste sind Medikamente. Boah, ich bin voll, der hat gerade nochmal gestorben. Boah bitte. Achso, was zu essen wäre ganz geil. Komm ab. Ja, kommt auf. Da sind drei Schieter. Ich seh sie. Wo? Die hole ich jetzt vom Himmel. Nein, bitte nicht. Keinen mehr töten gerade. Du machst Langeweile, hä? Also es dauert jetzt wirklich, ich darf und ich hab ein gebrochenes Bein. Ich hab ein gebrochenes Bein. Ich hab ein gebrochenes Bein. Oh, man stinkt doch. Du sag mal Aldo, was war denn los gewesen mit den Schusswaffen? Gab es keine oder was? Nein. Es gab keine. Es gab keine. Hey! Tja, Pause. Aldo, gib mal kurz Ayo, der nervt. Pause. Gelbe Kiste, was zu trinken. Was sagst du denn da zum Blut? Ich hab keine Schusswaffen. Pinke, pinke Kiste. Ah, jetzt geht's mir gut. Ich hätt gern noch was Flimt. Äh, voraussetzt nicht mehr. Das ist auch durch. Medikamente sind in der grünen Kiste, Native. So, Statistik ist fertig? Ja, hab ich. Dankeschön. Okay. Hallo, Klausel. Bussi, Bussi. Na, Native, wurde nix mit den Kisten. Wir haben uns selber gepistet, glaub ich. Beide, beide instant selber gestorben an den Blutungen des anderen, glaub ich. Wo ist Aldo? Wo ist Aldo? Wo ist Aldo? Ich bin echt zufrieden mit meiner Quote. Ja, warum kannst du der Beton entbrannt? Wo geht's Aldo? Nee, nee, danke. Wo ist Aldo? Wo ist Aldo? Wo ist Aldo? Wie gesagt, jetzt mal... Komm mal her, komm mal her. Komm mal her. Du, du, du. Du, 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 du. Was denn? Hallo. Du hast die Waffen rausgenommen aus dem Spiel. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, ja, hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Da sind jetzt alle. Hier fehlt noch einer. Ich fehle. Ich fehle. Aber ich seh, den stinkt schon. Aber ich seh, den stinkt schon. Ja, der ist ja gegen heute weg. Wenn dieses betreute Wolf doch weiterschießt, werde ich ihn gleich auseinandernehmen wie der Weihnachtsmann. Guck mal, wie weit habt ihr eigentlich die Handball in den Knüppel eingestellt? Ich schieß doch gar nicht. Mit der Armbrust, der VIP mit der Edelrüstung, weißt du? Jetzt beschwer dich mal nicht. Unglaublich, weißt du? Wir haben gar nicht mitgespielt. Ähm, also das, das mit dem Knüppel, das kann mal... Die Kisten sind meistens immer mit der Kasse im Heiß. Bei Wolf hinter dir ist ein Frame. Warte mal. Wie kommt denn Juna hierher? Ich hack jetzt mal die Spikes wieder weg. Naja. 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 Na komm ich feuer dich an. Ja! Naja. Guck mal. Ah bitte kein mehr. Wir müssen alle erst mal wieder in den Lisa. Jonas. Toll. Naja. Naja. Oh, ich nutze so gerne einmal in die Mitte, ne? So. Puh. Jetzt muss Bräu-Wolfi auch erst wieder hinlaufen. Aldo, hier bin ich auch noch böse. Sollen wir mal testen, ob man Molly auch fangen kann? Ich will, ich will, ich will. Nein. Keiner will das. Buki bin ich böse, dass du die Waffen rausgenommen hast und dass du die Idee hattest. Ich fand's gut so. Ich fand's auch gut. Ich fand das richtig gut. Ich fand das richtig, richtig gut. Ach Clep, hör doch auf, du warst doch gar nicht da. Richtig, ich war nicht da. Ich hab den einmal gesehen, Junge. Ja, dann frag mal Dr. Matt, frag mal Ayo, der mich regelmäßig umgebracht hat. Hahahaha. Hahahaha. Arno, Arno, das ist ein, das ist ein Server-Problem bei Seven Days. Genau. Ja, Aldo, aber das ist ein Daumen runter für das Event, dafür das keine Schusslafen gab. Da hab ich ganz umsonst den scheiß Schatz da gehoben und hatte 12.000 Clash, die ich gar nicht einsetzen konnte. Drei Händler, weißt du, Handy-Laden, was hast du da? Aber dass ihr sogar die Blunderpass rausgenommen habt, ne? Wir haben, wir haben, wir haben doch gar nichts rausge... War doch alles Vanilla. Ja, 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 ja. Du hast die Notqueen hier eingeschränkt, das war nicht von dir, Aldo. Das fand ich, fand's gut. Ja, ich fand's gut. Warte, dafür als Entschuldigung, warte, warte, warte. Aldo, nach den ersten drei Army-Camps, die wir gelootet haben, haben wir uns gedacht, oh mein Gott, was geht denn hier schief? Ich war echt ne Prinz hier, dass ich nix gefunden hab, nix anständig. Jetzt möchte ich gern darum bitten, erst mal für ein Foto hier irgendwo zusammen zu kommen. Dich hatte ich wirklich nicht gesehen, du hattest deine Sachen nicht an- und ausgezogen, ja? Wollte ich dir nur mal sagen. Oh Gott, es tut mir leid, die anderen haben mich gesehen, deswegen... Ne, genau, ich stehe beide halt nicht gesehen. Ich hatte keine Ahnung, wo das herkommt, ob ich hier angeschossen wurde oder angeschlagen wurde, ich hatte keine Ahnung. Na, Captain, Malta hat das Spiel verlassen. Hä? Das war ja wohl nix mit dem Kisten hier, wa? Ach, ne, ja. Ich bin ruhig nicht, das ging schon die ganze Zeit. Aber zwei Kämpfe hatte ich mit dir gehabt, leider hat's nie zum Ende geführt, weil irgendjemand anders hat das zu Ende gebracht. Ach, es war aber trotzdem sehr lustig, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Da hat Native und ich ein schönes Erlebnis, ne Native? Was ist das? Da drinnen stehen. Wir sind zusammengeschoben. Du darfst nur, ob die linke oder rechte Ecke stehst von einem Frame, dann... Roxy, ich hab's. Ich stell mich nach rechts. Roxy. Okay. Sind damit oben hattest du trainiert? Na klar, aber nur händlich. Aus. Was fängt schon mal gut an? So, bitte da hinstellen. Malkav? Bist du auch wieder drauf? Ne, ne? Wer hüpft denn hier immer? Äh, ich... Ich... Witz dir auch so übel? Ich hab den Puppermantel wieder auf. Mach da mal ein Fenster auf, ne? Ah, roter Tee ist auch in der gelben Kiste, wer sich abkühlen möchte. Dafür hüppe ich jetzt nicht mehr runter. Ich muss mal ein Wurst haben. 2... 4... 6... 8... 12... 12... 12... 13... Äh, wir müssen auch auf Malkav gerade warten. Ja, was dann leg ich euch noch ein paar Nachthemden rein, oder? Und... Ähm, ich würde mich anbieten, wenn ein Foto zu machen. Ich hab 4K. Ja, dann guck dir an, wo alle durchstehen, dann kannst du gleich das zweite Foto machen. Genau. Ähm, hi Maikav. Ähm, gehst du da vorne auch mit Tint? Äh, Ponte einfach... Oah, Ayo war Storm. Ayo schön ins Wasser geflogen. Könnt ihr uns jetzt mal so einlassen? Wir hatten mich grad gekillt. Du bist da stand Ayo schon... Ayo ist gestorben. Ja, selbst sterben, ne? Kann das sein, dass er umgebacken ist und deshalb gestorben ist? Also im Chat steht auch schon, bis das Foto im Kasten ist, dauert es. Irgendjemand schießt, ob da dauernd noch Pfeile. Ja, ja, irgendwer schießt da. Also Pfeile, ja. Andrus hört sich so an. Ich nehme alles auf, Karacho. Das ist Videobeweis. Boxy, ich muss dir aber erst mal sagen, solange wir noch das Foto warten. Stark, das fand ich richtig gut. Ich habe mich gefreut, dass ich dich gleich zum Anfang gesehen habe, wie wir einen kurzen Fight miteinander hatten. Und du dann gestorben bist. Du dann gestorben bist. Boxy, und wenn ich dir jetzt dazu sage, dass ich nur noch ein HP hatte. Na dann bin ich ja froh. Ich wollte gerade sagen, das ärgert, oder? Und du bist dann gestorben, weil du eine Blutung hattest. Hättest du einen Pfeil getroffen, hätte ich ein Problem gehabt. Das war echt gut. Nee, das war super. Ich habe mich gefreut. Haben wir jetzt ein Foto, oder? Der Ayo ist noch auf dem Weg, hä? Ist der Ayo schon da, ne? Weil es ja nicht wo ist, also... Jetzt bin ich gespawnt. So. Okay. Am Ärmel der Welt bin ich gespawnt. Flori, Na ja... Das müsste... Nee, das ist Maiko. Die liegt im Sack. Oh, Mann. Ähm... Wie war denn das? Ich habe es nicht mehr drin. Killer Lady, sag mal, habt ihr eigentlich zwei Besen gehabt, oder habt ihr nur eine gehabt? Eine. Okay. Okay, die haben wir ausgenommen. Das hat uns aber gar nichts gemacht, weil der Setz hat, wo ihr die ausgenommen, haben wir dreimal mehr und besseren Blut gefunden. Das war alles vollkommen okay, ne? Das war immer von geil. Hätten wir gleich gewusst, dass rechts daneben Brause ist, hätten wir da auch noch Spaß gehabt. Nee, 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 nee. Das wäre spaßig. Ayo, nimm mal bitte meine Freundschaftsanfrage an. Äh, ich bin schon gleich da. Okay. Einen Moment mal bitte, ne? Einen Moment mal. Der Karacho, der PvP-Spieler schlechthin 7 zu 6 und Brause, der Neuling, 15 zu 11, Junge. Komm mal da drauf, klar. Was ist das, Junge? Ah. Ah, Brause, du warst ja auch nicht in meiner Nähe. Ich musste mich ja mit richtigen Leuten anlegen wie Ayo, verstehst du? Und nicht mit irgendwelchen, äh, mit irgendwelchen Hungerviech. 6 zu 6, bitte, ja? Ah, 6 zu 6 sogar. Ey, was war denn das bei euch, Routine und Alpher? Was habt ihr da gerade gesagt? Das würde ich auch gerne. Ähm, wir, wir wollten einfach, ähm, schlumpfig sein. Meinungsverschiedenheit regelt man so. Aber warum, warum hab ich 6 zu 6, warum hab ich 7 zu 6 gehabt? Komm, Foto machen. Ja, ich bin schon. Weil du in der Arena noch einmal getötet worden bist. Ich bin zu schnell, wie ich kann. Ayo, jetzt da? Ja. Ja. Okay. Ich hab doch keinen mehr getötet. Krass. Bitte. Warte, 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 noch nicht fotografieren. Ich muss erst noch irgendwo hin. Da. Äh, wohin soll ich? Stell dich irgendwo hin. Mein Platz ist eingenommen worden. Dann knie dich da vorne hin. Knie dich da vorne hin. Knie dich hin. Und dann sagen... Lutsch, lutsch, lutsch. Dann sagen wir jetzt einfach alle mal... Schluss, lutsch. Schluss, lutsch. Schön? Äh, Mucki? Oder, ne, Proxy, ne? Proxy. Du, 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 du. Du, 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 du. Ach, du Gründeleine. Ernsthaft. Oh, was habt ihr denn da? Was macht ihr denn? Bitte wieder, Ayo. Hallo. Okay, Ayo. Ja, komm. Ayo war ja schon einmal drauf, ne? Mucki, der hat sich bewegt. Das geht jetzt eigentlich um... Aldo, stell dich an die Seite. Das würde ich von der Seite aus einsetzen können irgendwie. Ähm, haben dich auch schon bewegt. Jetzt haben die eigentlich alle bewegt, ne? Von mir, von mir. Nein, ich weiß noch nicht bewegt. Ja, genau. Ich weiß noch nicht. Ich will nicht schon wieder laufen. Nee, ist okay, Ayo. Passt, passt. Mollo? Uli? Absicht? Ja. Okay. Wer wartet? Okay. Aber die Namen sehe ich nicht. Ayo, wir warten. Das ist nicht schlimm. Ich habe auch keine Namen drauf. Okay, ich sehe nur Aldo und Vogelscheuche. Der Rest ist irgendwie... Jetzt poppen sie auf. Okay, na gut. Aber... Aldo ist genau da rum. Alles klar. Okay. Sind wir soweit mit Fotos? Der Admin könnte dich auch teleportieren. Sind wir soweit? Also, dann haben wir uns fertig mit den Bildern, oder? Ja. Ja. Dann... Oh! Ja! 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 Ich bin noch nicht gesporned. Wir haben uns jetzt eigentlich ganz ungelicht gehabt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe irgendwie alles rot jetzt, ne? Naja. Da wird es alles rum weg. Aldo ist das nächste Mal, wenn es eine Ausweiskontrolle, ne? Mindestalter 18 und dann reden wir nochmal über PvP, ne? Ja. Oi, Wolf. Oi, Wolf. Hast du gerade Feinde gemacht? Oi! Hast... Run hat sich neben nichts gelegt, okay? So. Ja, wir müssen noch, äh... Achso, Ergebnis. Ergebnis. Ja, das würde das bestimmt wissen. Bestimmt, ne? Wer gewonnen hat und so. Ich habe tatsächlich selber keine Ahnung. Eugen, schickst du mir das dann wieder im Discord oder so? Ich kann das doch einfach jetzt... Ich kann einfach vorlesen. Ja, gut. Dann musst du das nicht auch nicht persönlich machen. Dann muss ich das nicht mal persönlich machen. Das ist gut. Ach komm, gib uns einfach hier den Siegerpokal und dann ist gut. Oh, die Arroganz wieder. Ich höre es doch schon wieder raus. Sie hat aber leider nicht das Unrecht. Wenn denn schon mal eh erst mal mit Platz 6, dann würde ich sagen, ne? Ja, dann fragen wir hinten an. Wer sich die Hälfte des Events im Bau verkriecht oder beim Looten verkriecht, ja, ja, das zählt nicht. Also auf Platz 6 haben wir mit minus 15 Punkten die Gruppe Pink. Oh. Warte, 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 warte. Du sagst, du sagst, wer das... Also, du sagst Gruppe Pink. Ja. Ich sag, das wären dann Brause, Malka von Praxi. Okay, okay. Bravo. Bravo. Genau. Auf Platz 5 mit minus 12 Punkten haben wir Gruppe Grün. Das heißt Moki, Osterstrom und Vogelscheuche. Bravo. Das so muss ich auch sagen, ich bin Pazifest, ich hab keinen Kühl, die man. Auch nicht. Auf Platz 4 mit minus 3 Punkten haben wir Gruppe Rot. Oh, yeah. Ah, jo, Juna und Matt. Wir sind doch noch auf dem Treppchen gelandet. Okay, bravo. Auf Platz 3 haben wir die Gruppe Gelb mit einem Punkt. Ja, das war schön. Jack, Native und Blood Moon. Ja. Sehr schön. Auf Platz 2 haben wir Gruppe Blau. Aldor, Karahor und Joachim. Nice. Ihr könnt ruhig sagen, danke. Könnt ihr ruhig mal klatschen, danke. Natürlich, das sollte man vielleicht auch noch... Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, das hat der letzte Tag gemacht. Und mit dem Doppelten, und zwar mit 14 Pluspunkten, auf Platz 1 ist Gruppe Grau. Glückwunsch. Oh, Juna Lady. Oh, bravo. Glückwunsch. Glückwunsch. Auch genannt im OP-Waffen mit OP-Rüstung. Also, muss ich wirklich sagen, Glückwunsch. Ja, war super. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ja, das war genial. Ich bin froh, dass Rand und Killer Lady in meiner Gruppe waren. Ja, ich wollte unbedingt hier zu Killer Lady hin. Schon in Spanien. Das erste Mal gleich umgebracht. Danke. Ich würde das hier jetzt zum Abschluss so ein bisschen kurz halten. Ich würde ein Wort, ein, zwei Wörter verlieren. Dann könnt ihr alle eure Streams noch verabschieden. Und danach ist hier natürlich auch ein bisschen Gruppengelaber, wer noch möchte. Das heißt, ich werde erst mal sagen, ich danke allen Teilnehmern, Streamern, die die Werbung geschaltet haben, die die andere vielleicht noch gefragt haben. Und natürlich ganz, ganz, ganz großen Dank an die Community, an die Zuschauer, die durchgehalten haben, sich diesen, diesen Dreck hier zu geben. Nein, Scherz. Nein, die hoffentlich auch viel Spaß dran hatten, weil ich glaube, zwischendurch war es sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Und ich freue mich schon auf das nächste PvP-Event in der Alpha 17. Dankeschön. Danke, saubere Sache. Schön, 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 schön. Und da gibt es jetzt ein Faxe. 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 So, dann würde ich sagen, verabschiedet euch mal in den Streams und dann hören wir uns gleich hier wieder. So, machen wir das. So, gucken wir, wer überhaupt noch da ist. Füß an die Streams. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Reinschauen. Vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, das war richtig cool. Das war so geil. Hat echt Spaß gemacht. Ich habe mich zwischendrin vor Lachen nicht mehr gekriegt. Ja, das war Hammer, ey. Native, es tut mir wirklich leid, aber dieses eine Mal, ich habe vergessen, aber vergessen, dass es diese scheiß Voice-Funktion gibt. Und ich habe versucht, irgendwie auf mich aufmerksam zu machen. Äh, kein Problem, aber ja, ich habe dich dann ja auch viel zu tun. Dann bis zum nächsten Mal, eventuell schon gleich morgen, ne? Den Freitod habe ich dir dann extra gegeben, sonst hätte ich ja nicht verraten, wo ich bin, aber...